Hallo, mein Name ist Robert Czanecki, Senior Product Manager für Presstechnik bei Rotenberger. Ich zeige euch heute unsere neuen Pressringe für die Konturen SV, M, U und TH. Von dem Bulg an neuen Konturen starten wir zunächst seit Oktober mit der SV-Kontur, welche im Markt am weitesten verbreitet ist. Die verbleibenden Konturen folgen dann sukzessiv. Die Presstechnik ist eine wichtige Säule im Portfolio von Rotenberger und auch auf den Baustellen der Welt werden täglich unzählige Pressverbindungen von euch hergestellt. Unsere neuen Pressringe erleichtern euch diese Arbeit vor allem an engen und schwierigen Stellen wie Wandausbrüchen, Schächten und verwinkelten Rohranbindungen. Wir bieten die Pressringe in den Konturen M, SV, TH und U für alle gängigen Rohrdurchmesser an. Damit seid ihr für jede Pressherausforderung bestens gewappnet. Mit den Pressringen habt ihr einen preiswerten Einstieg in die Presstechnik, da ihr nur eine Pressbacke benötigt, die mit all unseren Pressringen kompatibel ist. Aber was genau macht diesen neuen Pressring so besonders? Was ist der Vorteil für euch? Unsere neuen Pressringe bieten einige Features, die euch das tägliche Leben auf der Baustelle erleichtert werden. Das wichtigste Feature und ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist der Interlocking Mode. Durch eine zweistufige Arretierung bleibt der Pressring in eurer Hand geöffnet und ihr könnt ihn einhändig an den Fitting anlegen und schließen. Um eure Verbindung zu verpressen, setzt ihr nun eure Pressmaschine mit der Zwischenbacke an. Die Zwischenbacke ist sowohl in Standard als auch in Kompaktausführung verfügbar. Für eine hundertprozentige Flexibilität bei der Wahl eurer Maschine. Den Pressring setzt ihr einfach in die Nase der Zwischenbacke ein. Wie ihr sehen könnt, ist der Pressring frei um 180 Grad schwenkbar. Damit seid ihr flexibel und kommt an fast jede schwierige Stelle heran. Für eine längere Lebensdauer haben wir unsere Pressringe ebenso wie unsere Pressbacken partiell lasergehärtet mit unserem geprüften und patentierten Dura Laser Tech Verfahren. Dabei werden die Pressringe nur an den wichtigsten Kontaktstellen gehärtet. Der Rest bleibt jedoch weich, um die großen Presskräfte von maximal 32 Kilo Newton ideal zu übertragen. Die Laserhärtung ermöglicht zudem eine Verdoppelung der Presszyklen und eine Steigerung der Verschleißfestigkeit um 40 Prozent. Für euch bedeutet das eine höhere Lebensdauer und ein reduziertes Verletzungsrisiko durch unerwartete Ermüdungsbrüche. Unsere neuen Pressringe sind für euch einzeln, aber auch als praktisches Set in unserem Rockcase verfügbar. Hattet ihr auch schon mal Probleme beim Verpressen an schwierigen Stellen? Könnt ihr euch vorstellen, mit unseren neuen Pressringen von Rotenberger zu arbeiten? Welches Feature ist für euch das Wichtigste? Schreibt mir die Kommentare, ich schaue sie mir an und antworte persönlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuhören.